In einer längst vergessenen Zeit, in einem unbekannten Land, wo Friede herrschte, bis eine böse, hinterlistige Macht alles zerstören wollte, bist du der Einzige, der die Ordnung wiederherstellen kann. Aber du brauchst die Hilfe deiner Freunde und die Macht des Schwertes von Mana. Das erste Action-Rollenspiel für drei Spieler gleichzeitig. Ein Abenteuer ohne Ende. The Secret of Mana